Und, David? Voll scheiße. Und bei dir? Oh ja, gar nicht einmal so schlecht. Ich habe eine Mädel kennengelernt. Sie ist Kassiererin. Ach was, ist ja super. Freilich. Dann können wir doch mal ein scheiß Doppeldate machen. Du, ich und Laurie und wie heißt die Maus? Da kommst nie drauf. Rat. Mandy. Na. Marilyn. Aha. Brittany. Na. Tiffany. Na. Candace. Aha. Alter, verarsch mich nicht. Ich kenn mich aus mit dem Scheiß. Ich hab doch nicht. Ich dachte doch nie verarschen. Okay, Tempo-Unde. Jetzt kommen ein paar Namen hintereinander. Wenn er dabei ist, will ich den Buzzer hören. Dann kommt der Buzzer. Jawohl. Brandy, Heather, Channing, Rihanna, Amber, Sabrina, Melody, Dakota, Sarah, Bambi, Crystal, Samantha, Autumn, Ruby, Taylor, Tara, Tammy, Lauren, Jaline, Chantel, Kourtney, Misty, Jenny, Krista, Mindy, Noelle, Shelby, Trina, Reba, Cassandra, Nikki, Kelsey, Shauna, Jolie, Erling, Claudine, Savannah, Casey, Dolly, Kendra, Collie, Chloe, Devin, Malou, Scheiße, Becky? Na. Warte, ist das irgendeiner der Namen mit einem Lynn hinten dran? Richtig. Jetzt hab ich dich, du kleiner Wichser. Jetzt hab ich dich an den Eiern. Und los. Brandy, Lynn, Heather, Lynn, Channing. Cammy Lynn. Fuck!